Jetzt will ich euch zeigen, wie ich hier meine schönen Fasern spinne für mein Kleid. Ich habe das jetzt mal so aufgebaut, dass ihr hier den Hansi sehen könnt und mein ganzes kreatives Chaos, um euch das zu zeigen. Also hier ist der Wahnsinn los bei mir. Bei mir liegt alles rum. Diese Dinger, die benutze ich also nicht für meine Fressbeutel, die ich da aus dem Frost hole, sondern die tue ich jetzt mal woanders hin. Die kommen an meine Nadeln hinten, wenn ich die Pullover oder die Kleider überprobiere. So, hier habe ich also meine kleinen Abschnitte und das, was ihr hier seht, habe ich ja schon raufgesponnen. Und ich muss mal gucken, das will ich jetzt mit ranhängen. Ich habe die Teilung euch ja gezeigt, wie ich diese drei geteilt habe. Und jetzt zeige ich euch da, wie ich das spinne. Und das mache ich dann mit dran, damit ihr das sehen könnt. Also ich ziehe das hier ganz normal aus den Stücken aus und versuche das jetzt auch nicht ganz zu dünn zu spinnen, weil ich ja das dreifach zwirn will und hoffe, dass das dann gleich an die Decay-Stärke rankommt, dass ich nicht noch eine zweite Wolle dazu nehmen muss. Ob das gelingt, werde ich sehen, weil ich mache mir da jetzt auch keinen Stress und spinne das schon so nebenher. Also das soll schon auch Fun sein und wenn das eben dann dünner ist, dann will das eben anders werden. So, ihr seht hier, das geht je nachdem, wie schnell man den einstellt oder wie schnell ihr halt spinnt, spinne ich hier meine kleinen Abschnitte, die ich da gemacht habe, hintereinander weg. Ab und zu kontrolliere ich mal, dass es nicht eben zu dünn wird, weil ich die Neigung habe, dann immer in Lace-Stärke überzugehen. Ja, und zwei Spulen habe ich ja jetzt schon weggestellt. Und ich habe auch gar keine Lazy-Kate für drei Spulen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich habe ja von Hansen gar keine Lazy-Kate, sondern ich habe ja die von Eschford mit den zwei Stäben und die mit den drei Stäben. Also von Eschford, die gibt es nicht mehr. Weder die mit den zwei noch mit den drei Stäben. Aber die Hansen-Spulen passen auch auf meine Lazy-Kate, die an meinem uralts Spinnrad dran ist. Also könnte ich mir das in die Nähe stellen. Und mal schauen, ob das funktioniert. Ich hoffe, ihr seht das noch, aber müsstet eigentlich, weil ihr seht, mein Kopf wird es nicht. Ja, naja, ich halte euch dann da auf dem Laufenden. Also ihr seht hier, das lässt sich super leicht ausziehen und spinnen. Und so spinnen sich im Prinzip alle Mischungen, die ich da so verkaufe, weil ich passe schon auf, dass das wirklich sich gut spinnt. Ja, das war jetzt ein Teil. Und da setze ich jetzt den nächsten Teil an, indem ich das einfach so überlappe. Und ich habe jetzt hier schon genug Trall drauf, dass der sich das einfach hier auch so zieht. Also ich könnte jetzt hier schon weitermachen und hätte schon wieder Garn. So, da bin ich jetzt schon wieder dran und kann jetzt hier wieder Trall drauf geben, was ihr dann mit Träten macht, was ich mit meinem Hansi hier einfach nur anschalte. Und dann kann ich hier weitermachen. Es sind ja jetzt nicht so viele, das ist ja die geringste Portion. Meine erste Portion war ja das meiste, da hatte ich ja den halben Kammzug. Und hier habe ich ja jetzt nur ein Viertel. Und vielleicht schaffe ich das heute noch wegzuspinnen, die ein paar, die jetzt noch da sind. Weil ich bin nämlich total neugierig auf das Garn. Aber heute werde ich es nicht mehr schaffen, das zu zwirn, weil ich will noch ein bisschen stricken. Aber ich bin total neugierig, wie das wird. So wie wir halt sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Video. Ich habe da mal was vorbereitet. Und ich will heute mit euch zwirn. Und zwar habe ich jetzt die beiden volleren Spulen hier auf meinem Spulenhalter. Und den Rest habe ich mir zum Ball gewickelt und zwirn den hier von meinem Abwickler, Wollabwickler. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe das eben schon mal getestet. Das kann ich aber beim zweiten Mal dann irgendwie nicht mehr machen. Weil jetzt weiß ich ja, dass das die Spule ist mit dem wenigsten drauf. Aber beim nächsten Mal weiß ich das ja dann nicht mehr. Und dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wo ich die Spule da festmache. Schauen wir mal. So, ich zwirn das jetzt hier dreifach. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Und ich hoffe ja, dass das noch ein bisschen auffluft. Und im Moment sieht es gut aus, dass sich das hier alles schön mischt. Ja. Mein Michi, da rutscht hier der Treibriemen. Da muss ich mal ein bisschen Silikon ran machen. Ja, und so zwirn ich jetzt das so lange weg, bis dieser Ball, den ich da gewickelt habe, bis der weg ist. Und da dürfte ich keine Probleme auf dem Michi hier kriegen, weil ich habe jetzt die große Spule drauf gemacht. Und schauen wir mal. Ja, ich könnte die andere Spule auch auf meinem Spinnrad, auf dem alten, festmachen. Aber da rutscht die auch runter, weil die nicht wirklich dafür geeignet ist, weil die Hansen-Spulen relativ kleine Löcher haben. Ich habe ja eine Lazy-Kate mit rein, von Tom Walter noch. Da passen auch die Michi-Spulen rauf, aber eben die Hansi-Spulen nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt überhaupt erkennen könnt. Ich werde es dann sehen. Ich hoffe es. Ja, das sind meine ersten Versuche. Und ihr seht, ich zwirne das wieder so, wie ich es am liebsten mag, nämlich relativ eng. Ich will dann mal schauen, dass ich das schnell hintereinander mache, dass ich nicht rauskomme aus dem Fluss. Wegen der Stärke habe ich das schon mal festgestellt, wenn ich so lange Pausen dazwischen habe, dann spinne ich da eine andere Stärke aus Versehen. Wie ihr seht, das wird ganz wunderbar. Und ich bin auf das Garn schon richtig gespannt. Ich habe jetzt auch ein bisschen Drall hier drauf. Na, bleib stehen. Weil das ja beim Baden sich dann noch entspannt. Könntest du gerne ein bisschen mehr Drall drauf. Das ist relativ wenig. Ach, das gefällt mir. Und wenn sich das jetzt so schön mischt, dann werde ich diese Methode bei den anderen dann auch machen. Ich weiß gar nicht, was ihr hier jetzt alles seht. Ich habe gar nicht nachgeguckt vorher. Ich habe nur geguckt, dass ihr meine Hand seht. Und die Spulen. Ja, so sieht es aus. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich werde mir einen Podcast anmachen. Und dann dieses, diesen ersten Teil fertig machen. Und ich zeige ihn euch dann, wenn ich ihn fertig habe. Ich habe gezwirnt. Und zwar, das hier ist mein erstes Garn. Und es ist richtig schön geworden. Guckt mal. Super schön. Und es ist von der Stärke her, es ist auch richtig. Ja, und jetzt, wo das erste Garn fertig ist, ist jetzt noch nicht gewaschen. Das geht aber gleich in die Wäsche. Wo das erste Garn fertig ist, geht es weiter mit meinem Spinnen. Und zwar ist das hier meine erste Spule. Das ist meine zweite Spule. Und die dritte Spule ist ja jetzt leer. Denn da hatte ich ja alles runtergezwirnt. Da war ja am wenigsten drauf. Und jetzt kommt es darauf an, wie viele Kammzüge ihr habt. Also diese ganze Teilmethode richtet sich natürlich danach, wie viele Kammzüge. Ich habe mir jetzt sechs dafür zurechtgelegt, weil es ja ein Kleid mit Kapuze werden soll. Und ich sage mal, wenn ich jetzt zu viel Garn habe, mache das auch nicht. Weil das kann ich irgendwo anders noch verwenden. Beziehungsweise, also mir ist es immer lieber, ich habe ein bisschen mehr. Ja, notfalls, wenn man es jetzt gar nicht mehr gebrauchen kann oder so, kann man es auch dann immer noch verkaufen. Dann gesponnen ist gern bei Reverie oder irgendwo einfach verkaufen dann, wenn man es nicht mehr haben will. Aber meistens findet sich dann später auch noch ein Projekt dafür. So, bei mir geht es also weiter. Da ich sechs Kammzüge habe, habe ich mir jetzt einen neuen Kammzug. Also ich habe jetzt drei in Arbeit und das ist der vierte. Den habe ich mir jetzt rausgesucht. Und habe mir den schon hier so hingelegt. Weil ich mache jetzt mit meiner Methode weiter. Und teile den ersten jetzt wieder in der Hälfte. Das ist hier meine Mitte. So. Und jetzt habe ich hier wieder die eine Hälfte, die lege ich mir wieder beiseite und nummeriere mit denen jetzt mit vier. So, die Hälfte, die lege ich beiseite. Da kommt die Nummer vier dran. Und diese Hälfte hier, die bearbeite ich jetzt. Und ich wechsle jetzt die Spulen. Das erste Mal habe ich den halben Kammzug auf die erste gesponnen. Und jetzt spinne ich den halben Kammzug hier auf die zweite. Ich rutsche also eine Spule weiter mit der Hälfte. Und diese Hälfte teile ich mir auch wieder. Nehme ich hier nochmal die Hälfte. So, dann kriege ich hier wieder lauter Abschnitte. Und von dem mache ich jetzt hier wieder die Hälfte. Und von dem jetzt nochmal hier die Hälfte. So, und so ist jetzt die Größe, die ich mir in kleinere Teile. Also ich habe ja hier immer drei gemacht. Das mache ich auch so weiter. Das hat sich gut gemischt. So, und da von dem auch. Und da muss ich jetzt auch nochmal die Hälfte machen. Und da auch nochmal. So, und jetzt habe ich wieder, kann ich das hier teilen. Das wird jetzt meine nächste Portion, die ich zu spinnen habe, auf Spule 2. Das ist ja dann wieder eine größere Portion, weil ich ja jetzt die Hälfte vom Kammzug habe. Wenn ihr jetzt nur Dreikammzüge zum Spinnen habt, zum Beispiel mal, also jetzt nur als Beispiel gesagt, dann würdet ihr natürlich jetzt mit der anderen Hälfte von dem ersten weitermachen und den auf die zweite Spule. Aber ich will das ja richtig durchmischt haben. Und von daher will ich erstmal alle Kammzüge anfangen. So, aber wenn ihr, wie gesagt, nur drei habt oder zwei, dann müsst ihr euch das dann eben so aufteilen. Das ist eine andere Teilung. Ich habe jetzt sechs. Mit drei geht es ja auch wunderbar, wenn ihr dreifach zwirn wollt. Und zwei reichen ja im Prinzip schon, wenn ihr zweifach zwirn wollt. Da könnt ihr ja gut wechseln. Ja. Dann fange ich mal an mit Spinnen. Das kommt jetzt hier auf meine Spule 2.